Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Gläubige aller Konfessionen haben am Mittwochmittag um 12 Uhr gemeinsam das Vaterunser gebetet. Dazu aufgerufen hatten nach einer Initiative von Papst Franziskus Kirchenführer auf der ganzen Welt. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland, die Anglikanische Kirche in Großbritannien und der Ökumenische Weltkirchenrat in Genf haben die Initiative unterstützt. Das Gebet von Franziskus wurde aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes als Videostream übertragen. Mehrere Kirchenvertreter haben sich direkt per Livestream in den sozialen Medien an die Gläubigen gewandt und gemeinsam mit ihnen gebetet. Darunter auch der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki. Ich möchte in dieser Stunde vor allen Dingen auch an die denken, die schon krank sind und an die vielen Toten und Verstorbenen in der ganzen Welt. Fast 20.000 sind ja von dieser Seuche schon heimgeholt worden. Und Italien, unsere Schwestern und Brüder dort sind in besonderer Weise betroffen. Dort versterben manchmal an einem Tag. Sie haben das alle mitverfolgt. 800 Menschen, 700 Menschen, 600 Menschen. Es ist einfach furchtbar. Wir wollen sie nicht alleine lassen. Wir wollen für diese Menschen beten. Und wir wollen beten für die Hinterbliebenen, die damit fertig werden müssen, dass sie jetzt einen lieben Menschen verloren haben. Am Freitag wird Papst Franziskus dann den apostolischen Segen Obi et Orbi, der Stadt und dem Weltkreis, in einer bisher beispiellosen Form vor dem leeren Petersplatz spenden. Papst Franziskus ruft per Video Gläubiger aller Religionen zum Gebet angesichts der Corona-Pandemie auf. Beten wir gemeinsam für die Kranken und für die Leidenden, heißt es in dem einminütigen Beitrag, der am Dienstag mit dem Twitter-Hashtag Pray for the World Betet für die Welt verbreitet wurde. Darin wendet sich Franziskus mit einem alten Mariengebet an die Gottesmutter. Zugleich dankt das Oberhaupt der Katholiken allen Christen, allen Männern und Frauen guten Willens, die sich ungeachtet ihrer religiösen Tradition in der Bitte um Befreiung von der Not vereinten. Kurze Bildsequenzen zeigen Franziskus bei einer privaten Wallfahrt zu einer römischen Kirche, bei der er am 15. März ein Ende der weltweiten Corona-Pandemie erflehte. Den Bittgang legte er alleine zurück. Lediglich einige Personenschützer folgten ihm durch die praktisch menschenleere Innenstadt Roms. Der Leiter des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Erzbischof Pierre-Baptiste Pizzaballa, hat angesichts der Corona-Krise zu Gottvertrauen aufgerufen. Das predigte er zum Fest Mariae-Verkündigung in der Verkündigungsbasilika in Nazareth. Das Evangelium des Tages, das von der jungfräulichen Schwangerschaft Mariens und der Schwangerschaft Elisabeths berichtet, rufe jedoch zu dem Glauben auf, dass für Gott nichts unmöglich sei. Das Evangelium zeige, dass in menschenunmöglichen Situationen und ohne menschliches Eingreifen durch das Werk Gottes Leben entstanden ist. Dort, wo das Leben nicht hätte gedacht werden können. In den gegenwärtigen Zeiten der Machtlosigkeit lade dies dazu ein, aufzuschauen und Gott zu vertrauen, sagte der Italiener in dem in zahlreichen Ländern live übertragenen Gottesdienst. Eine kleine Anzahl von Gläubigen hat sich in Jerusalems Grabeskirche versammelt. Sie wird als der Ort verehrt, an dem Jesus begraben wurde. Wo sonst hunderte Gläubige beten, halten geistliche, jetzt bescheidene Gottesdienste. Damit wollen sie die Ausbreitung des Coronavirus bekämpfen. Besucher dürfen das Heiligtum nur noch in Gruppen von weniger als zehn Personen betreten. Sie sollen dabei einen Abstand von mindestens zwei Metern voneinander einhalten. Andere heilige Städten im Heiligen Land haben ähnliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Unsere Botschaft an die ganze Welt von dieser heiligen Städte, von der Mutter aller Kirchen, der Grabeskirche, ist, dass diese Krankheit, diese Epidemie und das Virus ein Ende haben sollen. Wir müssen sie kontrollieren und dürfen nicht zulassen, dass sie uns kontrolliert. Wir sollten sie bekämpfen. Wir gehen auf die heiligen Tage zu und bewegen uns in Richtung Sieg. An diesem Ort hat Jesus den Tod und die Sünde besiegt. Hoffentlich wird die ganze Welt gegen dieses Virus gewinnen. Wir beten für sie. Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, die dritteiligste Städte des Islam, hat die Freitagsgebete auf die Außenbereiche des Moscheegeländes verlegt. An der Klagemauer, der heiligsten Städte im Judentum, an der Juden beten dürfen, haben die religiösen Autoritäten die Gläubigen angewiesen, keine Massengebete zu halten. Außerdem dürfen die Steine der Mauer nicht mehr geküsst werden.